Ich muss mich noch zum Schlüssel springen. Einfach die Likes. Okay, von hier oben kann ich wenigstens so machen. Und jetzt den Schlüssel. 7002. Nein. 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 Und ich kann mir nur Likes kaufen. Jetzt hoffe ich bloß, ich komme dann gleich wieder raus. Kann ich nochmal drehen? Hier kann ich runter. Ah, okay, der hat zurückgedreht. Guck jetzt an, kann ich die nur einmal? Kann ich die nur einmal? Bist du dich auch wieder zurück? Mist. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Nein. Oh, gut. Ist auch wurscht. Ich habe noch mal drei gefunden. Und ich komme zu den Likes. Das gefällt mir. Und nun zu der besten Frage aller Zeiten. Wo komme ich raus? Da komme ich raus. Da komme ich raus. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh, dass du deinen Weg hier hoch durchingeniert hast. Hey, hey. Warte. Wer bist du? Ist egal. Du bist hier und ich brauche Hilfe. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo meine... Aber was heißt dann weiter nochmal auf Deutsch? Achso. Ja, die Typen, die darauf warten, was du das Essen bestellst und das dir hinbringen und so. Und mein Koch sind und meine Angestellten... Äh, Quatsch. Meine Gäste drehen so langsam durch. Ich sag dir was. Helf mir und ich werde dir deinen eigenen Party Pass geben. Frage die Köchin nach Ratschlägen. Hi, Captain. Likes. Fang ich doch mal hier an. Ich habe mal Hinweise gegeben, wenn... Als die Dinge viel komplexer waren. Jetzt entspanne ich mich einfach nur. Wenn drei Zutaten auf dem Tisch sind, werde ich gut kochen. Versuche ich gut zu kochen, ja. Ich füge einige Dekorationen hinzu. Ach, echt ich. Ich werde Dekorationen hinzufügen und werde dir das Plattieren geben. Naja, egal. Ich benutze den Leica bei den Zutaten auf dem Tisch neben mir. Ich brauche ihn auf den... äh... Leg sie auf den roten Ofen. Wenn man gut kocht. Was brauchen wir denn hier? Du möchtest das Zeug haben. Ihr möchtet das Zeug haben. Du hast schon Pizza. Oh. Ein... Keine Ahnung wie das Wort heißt. Endlich. Ich guck doch. Wann wird jemand meine... ähm... Bestellung aufnehmen? Achtung, äh... Entschuldigung. Haben... Benutzen Sie... Nehmen Sie YouPay. Ja. Wunderbar. Ich werde in einer Minute bestellen. Hm. Der Typ da drüben... Guckt mich die ganze Zeit an. Denken Sie, er merkt mich? Ich werde fragen. Danke. Okay. Wer starte ich denn die ganze Zeit an? Was macht ihr denn hier? Es ist so kalt, dass wir... Es ist so geil, dass wir unsere... Pause jetzt kriegen. Aber wer... Liefert uns das Essen? Okay. Ich mach meine Ingredients zusammen. Also ich brauche... Diese Flaschen. Ich brauche diese Kekse. Lass mich raten, ich muss die Kekse noch irgendwie machen. Ne. Ja. Ich nehm mal an, das sind die Kekse. Der Winkel ist nur doof. Und dann brauche ich die Gewürze hier. Und schon habe ich dieses Ding. Als nächstes mache ich die Pizza. Dafür brauche ich... Das, was ich runtergeschmissen habe. Das rote Pulver. Das kein Pulver ist. Und... Wasser. Okay, ist doch keine Pizza. Es ist irgendwie Tütensuppe. Äh, du brauchst nen Burger. Den Burger mache ich mit. Zeug, Zeug und Zeug. Auf die Reihenfolge ist nicht wichtig. Und... Das Zeug. Deter. Ein Burger. Ein Burger. Ach, aber ich bin mit... Wir haben einen Pfeil. Lacki. Ich bin etwa irgendwie so ein großer Big Deal damit. Oh! Ein... Weiter. sie mag dich echt ich sollte ihr mit ihr essen kannst du mir ihren username sagen soll ich dass ich bitte dafür bezahlen kann wie heißt du lara unterstrich mag dich mag sie wirklich gut hier geht dann kannst du mir ein username geben oh mein gott sie sieht so anders aus wir haben früher gedatet weißt du und was passiert die demoversion ist ausgelaufen viel spaß auf deiner party und ich habe vergessen du arbeitest mir fällt jetzt auf dass das die toilette ist likes likes auf der toilette likes bar item gefunden auf der toilette kann man sich ein like kaufen da kann man nicht rein alles zu ihrer zufriedenheit denkst du jemand wird es rausfinden lass sie doch rausfinden es gibt keine timeline akzeptiert das es gibt sie einfach nicht halt es wird wahrscheinlich irgendwann am ende des zweiten paralleluniversums stattfinden wie im vor in der vorgeschichte erklärt das ist noch nicht mal einstimmig das ist einfach eine fantheorie war das nicht mal eine romantische gegend hier wo ist die verdammte pizza hast du doch schon gekriegt du dich jetzt sagst dir sie ist voll in mich verknallt du bist illusioniert sie wird sie hat auf jeden fall auf mich geguckt du bist schon nur schleimig großartige arbeit hier ist ein party pass der fahrstuhl in dem mitte des restaurants wird jetzt funktionieren geh hoch es gibt mehr zu tun bevor diese party außer kontrolle gerät hier ist ja so so party likes rank up mit gekauften likes bitte sagt mir dass es schon nicht zu fotografieren gab es gab was zu fotografieren und natürlich auf der toilette wirklich ein like auf der toilette dann da 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 o Du kannst nicht nach oben gehen, es ist VIP only, nur für VIPs. Entschuldige dafür. Ich werde darüber nachdenken. Verhaltung gefunden. Und hier ist der Denzer. Hey Dao, habe ich dich nicht unterm Stand getroffen? Radical. Erinnerst du dich, wie du das Bild von meinen Muskeln gemacht hast? Das war ein großartiger Hit. Ja. Dazu, ich brauche ein paar hochqualifizierte Fotos, um weiterzumachen. Kann ich mir dein Fotograf 4 Skill leihen? Ich verspreche, ich werde dich das mal taggen. Okay. Süß, aber erst mal bring mir ein Close-Up von einem grünen Spinky Friend. Okay. Dann erst mal gehe ich hier zu dem DJ. Komm. DICK Mein Neffe ist schon... Betrunken. Der Kleine hat an meine Bar Items rumgeschmissen. Ich weiß nicht, wie er sarke Arme bekommen hat. Neffe? Ich kann nicht mehr Getränke machen für unsere Gäste, ohne diese Bar-Items. Und ohne Getränke wird keiner hierher kommen. Das könnte mich löschen. Ich brauche Hilfe. Machst du, aber ich gebe dir gar nichts dafür. Okay. Finde meine 8 Bar-Items. Und ich werde dir was Gutes dafür geben. Aye, aye, Captain. In deinen Träumen. Achso, das sind wieder Leute, die ich nicht nutzen kann. Habe ich hier noch alle Werbung vergessen? Wenn ich Likes kriegen, Likes durch Werbung klicken. Jetzt werde ich mal was Likes durch Werbung klicken. Durch, geglatscht. Hallo, Barmann. Sprech mit meinem Bruder. Ich sitze hier nur und entspanne. Der Bruder ist seitdem, okay. Hey, du siehst aus, jetzt kennst du dich hier aus. Kannst du mir einer helfen? Okay. Großartig. Siehst du den Emerald hinter mir? Hinter dem Shop-Laden? Meine Freundin... Na ja. Das Mädchen, das ich... Das Mädchen, das ich mag, will einer von denen. Ich weiß, das ist pathetisch. Aber ich habe... Keine Kreditkarte. Echt? Hey, ich hab dich grad getroffen. Und das ist... Verrückt. Bei deinem Swimming... Ich bin ein Schwimmlehrer. Ich gebe mir den Emerald und ich transferiere die Schwimm-Skills zu dir. Okay. Mir egal, ich hab... Mir ist Geld egal. Hell no. Was sollte ich sonst sagen? Wer will was? Hey, dude. Willkommen. Wir haben ein... Geld-Ausgib-Spiel. Ich sehe, dass du eine Kreditkarte hast. Das muss heißen, du bist schlau. Ich wette, du bist ein... Wunderbarer... Ausgeber. Warum versuchst du nicht, ein... Süße... Irgendwas zu kriegen? Wenn du gewinnst, gebe ich dir diesen Emerald. Es hat die Kraft, jeden anzuziehen. Nicht, dass du es bräuchtest, aber es ist... Ein hoher Wiederkrauswert. Okidoki. Ich sehe, das Geld ist nicht... Ein... Kein Problem für dich. Ich bin so froh, das zu hören. Es gibt allerdings ein... Patch. Der Shop ist geteilt zwischen hier und meinem Bruders... Dings unter drüben. Das Spiel findet zwischen beiden Hütten statt. Halte das im Auge. Äh... Hinterkopf. Ja. Ich werde... Willst du, dass ich den Shop herrichte? Ja. Gib mir eine Sekunde. Na, der... Scheinbar wird starten, wenn du den... Irgendwas kaufst. Viel Glück. Ok. Dann Red Bull. Ja, da ist die Taste. Ja. Das hat nicht geklappt, oder?